Peace Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Gaming Nisi und heute mit einem Special Gast und zwar meiner Liebsten Mama, hallo ihr Leute da draußen. Hallo ihr Leute, servus. Das Video ist heute etwas lustiger, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein neues Format. Wenn es euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Okay, also. Genau, renn jetzt mal zur Kiste. Mit Viereck öffnest du die Kiste. Perfekt. Da sind jetzt gerade Waffen rausgefallen. Diese Waffen sammelst du auf mit Viereck. Nicht reinlaufen, angucken. Nochmal, die Schrotflinte. Nochmal. Nochmal. Die ganzen Sachen einfach aufheben. Ja. Die Sniper auch aufheben und die MP auch. Genau, es fehlt noch eine Waffe, die MP. Drehe ich mal nach rechts. Genau, da liegt sie. Halleluja. Aufheben. Was ist denn hier los? Okay. So. Um deinen Slot zu sortieren, drückst du Steuerkreuz nach oben. Ja, richtig. So. Mein bester Slot, also mein Lieblingsslot ist es. Zuerst die Schkaha, also demfalls ist die Schkaha, aber AR, Schrotflinte, MP. Das heißt, du musst die Sniper mit der MP wechseln. X genau mit X. Steht sogar toll. Genau, X drücken. So. Auf dem vierten Schott habe ich dann Heilung. Da wir gerade keine Heilung haben, lassen wir einfach aus. Oh. Also weiter, also um die Ecke. Kannst du schon mal decken. Und dabei, und apropos Ecke, grüße gehen auch schon mal raus an Ecke. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er heißt ScullyTV, ist auf jeden Fall unten verlinkt. Und ja, weiter geht's. Wo laufe ich jetzt hin? Ähm, ich würde sagen, du baust erstmal was. Bauen tut man mit, ähm, Kreis. Genau. Mit L2 baust du eine Treppe. Da steht hier unten noch alles dran, rechts. Ja. L2. So. Mit L2 visierst du auch an. Genau, jetzt rennst du einfach mal nach oben und baust ein paar Treppen. Hui. Dann baue ich eine neue Treppe. Ja. Ja, musst du ja. Und guck, dass du ein bisschen, äh, dass die Kamera gerade ist. Das heißt, mit dem rechten Stick, auch gerade R3, mit dem du, beziehungsweise, mit dem du auch springst, wenn du ihn rein drückst, genau, mit dem du auch springst. Dann läufst du nach oben, mit L2. Und baust, und du machst es halt alles nochmal. Okay. So, um, das, um diese Konstruktion zu, ähm, befestigen, das heißt, wenn die Leute eine Waffe haben, können sie dich so einfach schneller runterballern und du stirbst an Fallschaden. Also, baust du, Treppe, Wand, Boden. Boden hast du schon mal gebaut, es brauchst du eine Wand mit R2, mit dem du auch schießt und L2. Mit dem du analysierst. Und das machst du jetzt ein paar Mal. Treppe, Boden, Wand. Schießen. 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 R2. Ja. R2. Ja. R2, schießen. Was machst du da? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Da ist die Konstruktion einfach bauen. Lauf über die Pyramide und drückt R1 oder so. Dann läufst du nach oben, bis zur Spitze, genau, dann drückst du L2, L2, L2 und drückst R2. Also, schießen. Wir machen es ein bisschen einfacher. In dieser Konstruktion, Wand und Boden machst du jetzt mal. Das heißt, du läufst nach oben. L2, R2. Ja, das ist ein bisschen bekackt. Um da, um da wieder rauszukommen, kann man bearbeiten. Apropos bearbeiten, ähm, Leute, wenn ihr Bock habt auf einen zweiten Teil, dann, ähm, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Also, bearbeiten kommt dann einfach, je nachdem, was die Leute hier sagen, kommt dann im nächsten Teil. Aber bis jetzt drückst du wieder Kreis, um aus dem Bau-Menü rauszukommen. Um das zu zerschlagen, drückst du Dreieck. Um auf dich nicht zu schnell, ganz langsam. Genau. Jetzt hackst du mal. Also, jetzt schießt du wieder. Jetzt siehst du doch so, äh, jetzt hast du, das hat man da gerade so einen Punkt gesehen. So, blau-roten Punkt. Jetzt brauchst du die Konstruktion noch einmal. Genau. L2. Für Wand. Äh, Quatsch, Treppe. L2. L2. Anvisieren. Das war gerade R2. Also, wieder Bau-Menü verlassen. Hallo. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Kreis drücken. Dreieck. Äh, fuck, äh, Dreieck. Schlagen. Genau, jetzt, Moment, Moment, jetzt siehst du das. Moment. Ach so. Boah, noch, boah, noch mal eine Treppe, Kreis, Kreis, Öffnen, Bau-Menü öffnen, L2. Warum L2? Damit du die Wand, damit du die Treppe baust. Guck mal, wo die jetzt ist. Ja, da, in dem Punkt, du. Um das zu ändern, drückst du, äh, drückst du mit R3, mit dem du auch springst, drückst du ein bisschen. Das muss immer so blau sein. Und dann drückst du L2. Drück. Dann machst du R2. Genau, und das machst du noch einmal. Das heißt, das läuft so nach oben. Drückst L2. Nääääh. Mach L2, drück L2. Ah, drück R1. Mehr. Was hast du? Ich hab keinen Bock mehr. Also, Moment, 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 nein, 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 nein. Nochmal. L2, R2. Dann machst du so L2, R2. Nach oben laufen, so. L2, R2. L2. Genau, du hast... Du hast den Bogen raus, Mama. Super. Scheiße. Genau, was du früh... Liebe Leute, jetzt ist Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken noch, ohne die Mama vom Nisi. Und was soll ihr, Leute, da lassen? Abos. Es gab Es...